Hallo, ich bin Jörg vom BrandeSV Triathlon Team. Triathlon? Was ist das überhaupt? Ja, braucht er gar nicht! Super! Gratulation! Nein, völlig falsch. Ich zeig's mal selber. Triathlon ist eine Kombination aus den Sportarten Schwimmen, Radfahren und Laufen. Am bekanntesten beim Triathlon ist sicherlich der Ironman. Hier einige Aufnahmen von unseren Brandern beim Ironman in Kärnten. Stefan! 3 Minuten und 30 Sekunden. Das ist schon magisch. Zu den Aktivitäten unserer Abteilung zählt unter anderem die Teilnahme am Liga-Betrieb in Nordrhein-Westfalen, wo wir mit unseren Mannschaften in den letzten Jahren einige große Erfolge und Aufstiege feiern konnten. Der BrandeSV Triathlon ist sehr schön. Der BrandeSV. Sie kombinieren und in einem Wettkampf hintereinander absolvieren. Unser Problem beim Triathlon ist der nicht unerhebliche Kostenaufwand für die Ausstattung, besonders für unsere Schüler und Studenten. Die Vereinsförderung der Sparkasse würde es uns hier erheblich erleichtern, für diese Nachwuchstalente vereinseigene Neoprenanzüge und Rennräder zur Verfügung zu stellen. Es geht hier nicht um exklusives Hightech-Material, sondern um eine solide Grundausstattung, die einen ungedrückten Spaß am Triathlonsport ermöglichen würde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bei unserem nächsten Triathlon am 22. Mai in Aachenbrand.